hallo willkommen zu einem kleinen tutorial und zwar wie man das spiel von star trek online auf deutsch umstellen und zwar gibt es manchmal kleine probleme es gibt leute die laden auch das spiel auf englisch herunter und man kann dann die option nicht aktivieren also dann das nur auf englisch spielen und nicht auf deutsch umstellen deswegen zeige ich euch heute mal wie das geht dass er das in deutsch auch runterladen im notfall so ich bin jetzt hier englisch eingeloggt also nicht eingeloggt sondern auf den englischen bildschirm jetzt gehe ich einfach oben auf die option dann gehe ich hier die sprache umstellen auf deutsch so dann zählt man so und dann ist auch wieder auf deutsch und jetzt ist auch deutsch man kann es auch anders machen so oder man gibt einfach start back online ein geht auf arg games und schon ist man hier drin und hier kann das spiel glaube ich auch einmal runter hier kostenlos spielen und da kann man arg games runterladen und dann kostenlos spielen da auch noch mal einloggen zweimal einloggen und kann man das dann im notfall nochmal auf deutsch herunterladen das funktioniert dann auch so das war es auch das war ein ganz kleines video um euch einmal zu zeigen wo man das spiel runterladen kann auf deutsch um die man spielen kann es kann ja sein dass man irgendwo ein spiel runterlegt und es nur auf englisch ich weiß es jetzt nicht aber deswegen habe ich euch mal ein kleines video gemacht ok danke euch heute kommt noch ein neues video raus von den tors agenten bye bye